Hey Leute! Ich weiß gar nicht, ob das hier richtig ist. Aber ich glaube nicht. Nein, so sah das Haus nicht aus. Hier irgendwo. Nee, ich hab keine... Ich hab kein... Ach! Oh, wie süß! Hier sieht irgendwie süß aus. Ja, wo bin ich hier? Irgendwie bin ich falsch. Vielleicht sind wir hier mehr nach oben gegangen. Nicht hier das Haus? Nee. Dann sind wir hier mehr nach... Hä? Irgendwie finde ich die Häuser nicht mehr. Wo war hier der Eingang? Ja, wir sind... Wir sind hier durch so'n Eingang gegangen. So, jetzt springen. Ja, ich glaube, wir sind hier richtig. Jetzt habe ich... S... Morgen... Abend... Jetzt habe ich die... Mein Telefon ausgemacht, damit mich niemand mehr anruft. Das war glaube ich das, wo der... Wo ich den Typen getroffen habe. Dann wird einer schlafen. Dann wird einer schlafen. Dann wird einer raus und warte bis morgens. Wo ist das hier? Wo ist das hier? Tee, hier... Nicht, es soll nicht schon wieder regnen. Oh nein, ist auch okay. Guten Morgen. Morgen. Boah, mein Staps hat dabei gewackelt. Guten Morgen gesagt. Grüße. Morgen. Jesus und Antus brauchen eure Hilfe, auch wenn sie es nicht wissen. Die Zeit drängt. Wer in Koroll wohnt, kann sich nicht beklagen. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Widerliche Bestien. Sie haben es verdient, dass ihr sie zur Strecke gebracht habt. Sie... Sie haben es nicht geschafft. Oh Gott. Sie sind ganz allein da draußen gestorben. Ich hätte bei ihnen sein müssen. Ich hätte sterben sollen. Nicht sie. Ich... Es tut mir leid. Ich bin mir sicher, dass ihr alles in eurer Macht stehende getan habt. Ich danke euch trotzdem. Ich fürchte, ich kann mich euch nicht erkenntlich zeigen. Das Wenige, das ich besitze, muss ich nun für ihre Beerdigung aufwenden. Wenn ihr mich bitte entschuldigen wollt. Schon gut. Nicht mal irgendein Cent, du Doachik. Darf ihr sein? Der Silleton? Ha, 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 ha. Nein. Es tut mir leid. Ich will was klauen. Ich will ein Pferd haben. Es steht aber nicht bei einer von euch. Das ist ja irgendwo die dunkle Brüderschaft. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Hier ist doch irgendwie diese Kampf-Dings. Ich will auch einen Hund haben. Ich will auch einen Hund haben. Man kann ja Hunde haben. Das wusste ich gar nicht. Ich will auch Hunde haben. Ihr seid's. Hi. Kennst du mich? Wie kann ich über euch reden? Wir brauchen neue Rekruten. Wie sieht es aus? Ihr braucht einen Platz zum Schlafen in Koroll? Warum tretet ihr da nicht einfach der Kämpfer-Gilde oder der Magier-Gilde bei? Dann könnt ihr in ganz Syrodil kostenlos übernachten. Ich werde zu Renoit schlendern und ein paar Bücher kaufen. Er hat eine reichhaltige Auswahl. Ich will auch ein Buch haben. Wenn ihr Mitglied werden möchtet, solltet ihr mit Vilena D'Anton in Koroll, mit Alsan in Anvil oder mit Burz-Grokash in Chardinal sprechen. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr mit Vilena D'Anton in Koroll, Alsan... Seht euch vor. Aber ich will einen Hund haben. Ihr seht aus wie Askis. Ich liebe Askis. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Seht ihr neu hier in der Stadt? Gleichfalls. Ich freue mich immer, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Willkommen. Ich bin sicher, meine Mutter wird sich ebenso freuen, euch kennenzulernen. Vilena D'Anton ist nicht mehr die Alte, seit ihr ältester Sohn gestorben ist. Dennoch ist sie ein tüchtiges Oberhaupt der Kämpfer-Gilde. Meiner Mutter gehört der Laden Nordwaren und Handel in Koroll. Lebt wohl. Lebt wohl auch. Ich will einen Hund haben. Ich will nicht mehr gegen dich kämpfen. So süß bist du. Ich will mit dir reden. Kannst du mir einen Hund andrehen? 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 Bitte, da drehen wir einen Hund an. Ich bin Rena Bruyant. Ich liebe Hunde. Aber tut das nicht jeder? Wahrscheinlich nennen sie uns hier schon die Hunde-Leute. Rimalos und ich, wir lieben Hunde. Und wir haben einige. So süß und brav. Ihr würdet es nicht glauben. Gut zu wissen, dass die Kämpfer-Gilde eine solch starke Präsenz in der Stadt hat. Lebt wohl. Ich will mit Ihnen auch reden. Hallo, ich bin Casta Scribonia, die Schriftstellerin. Autoren von Frauen am Rande des Wahnsinns. Oh mein Gott, dieses Buch will ich nicht haben. Wer ist der schönste von Ihnen, abgesehen von mir? Die Besitzerin der grauen Stute ist reizend. Sie und der Hauptmann wären ein schönes Paar. Wie ich hörte, ist die Gräfin in letzter Zeit sehr betrübt. Jemand hat anscheinend etwas sehr Persönliches von ihr gestohlen. Schönen Tag. Sie auch. Seid gegrüßt. Sie auch, aber... Buchs, hier gibt es Bücher. Ich will Bücher holen. Bücher. Hab ich Geld? Nein, ich habe kein Geld bekommen. Ich will aber trotzdem Bücher. Willkommen bei Renoids Bücher. Ich bin der Besitzer, Estelle Renoid. Seht euch nur um. Wenn ihr irgendetwas nicht finden könnt, fragt einfach. Gut zu wissen, dass die Kämpfergilde eine solch starke Präsenz in der Stadt hat. Auf Wiedersehen. Kann ich jetzt was kaufen? Ich will was kaufen. Bitte fahrt fort. Ich will was kaufen. Wie geht das? Auch ihr. Ich will was kaufen. Ich will das Buch da oben haben. Als er oben liegt. Erstmal speichere ich und dann versuche ich mir ein Buch zu nehmen. Um mal zu gucken, ob ich es daher kaufe oder ich irgendeine Scheiße baue. Speichern. Speichern. Ja. Okay. Oh. 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 Es gibt nur 8 Seiten. Was gibt es denn hier alles für Bücher? Gibt es denn nicht noch Bücher, die länger und dicker sind? Fertig. Warte. Der Wolfskönig Band 8. Ich habe Oblivion. Der Wolfskönig Band 8. Der Wolfskönig Band 8. Der Wolfskönig Band 8. Der Wolfskönig Band 8. Und wacht, und wacht. Wollte ich doch gar nicht! Kann jemand wegen das Buch wiederkleiden? Wie ist mein Inventory? Wie kann ich das machen? M-Q-W-E-R-T-C Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Laden? Ich wollte ja nichts klauen, aber wie kann ich mir hier... Was wollt ihr? Was darf ich euch anbieten? Endlich! Was habe ich denn alles? Wie viel Geld habe ich denn? Ein hervorragendes Geschäft! Immer hab ich Helmut nicht darauf gebt! Ich hab das noch mal gekneckt. Ich hab ja auch geliebt und es muss noch mal richtig sein! Es war mir eine Freude, mit euch Handel zu treiben. Günstiger bekommt ihr es nirgends. Was habe ich denn hier noch alles? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, aber das kann ich alles so fallen lassen. Er hat gesagt, wie? Okay, jetzt. Wie kann ich einen wegwerfen? Ach, da. Eins, zwei, drei. Ach, so mache ich das. Ach. Gut. Weg. Gut. Gucht. Gucht. No, he does that. Ah, so, mit der Taste mache ich das. Oh, das ist so. Ich habe so ein... Ich habe so ein Ding, so ein Goblinstab. Wieso habe ich jetzt so ein Stab? Ich wollte doch gar nicht so ein Stab haben. Das ist doch eigentlich was geil. Was hab ich hier denn alles? Das ist wohl einfach voll. So. Das ist eins. Was hab ich denn noch alles? So. 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 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich muss ja ra... Oh mein Gott, ist das gruselig. Wieso ist es jetzt so? Hm. Ich hoffe mal draußen ist es nicht so. Oh mein Gott. So kann ich Untode vertreiben. Gut, ich will aber was anderes. Jetzt habe ich keine Tränke mehr. Ach. Okay. So. Gut. Ich glaube es war so ein doofer Zauber. Was bist du für ein komischer Kauz? Bitte. Von einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben. 17, 13. Ich werde zu Renuit schlendern und ein paar Bücher kaufen. Er hat eine reichhaltige Auswahl. Möge Mystara euch segnen. Habe ich eine Münze? Warte, warte, warte. Habe ich eine Münze? Das ist ja mein Geld. Drei Münze. Drei Münze. Und ich kann dir deswegen eine geben. Auch wenn ich werde auch wie ein Bettler herumlaufen. Oh, wie süß. Der sieht gerade so süß aus. Ich bin so hungrig. Vielen Dank, edle Dame. Möge Akatosh euch segnen. Dankeschön. Was ist das denn? Eine Kirche, oder? Hunde! Kannst du mir nicht einen Hund andrehen. Ich bin der Heiler der Kapelle, Gorerin Selvilo. Wir freuen uns zu sehen, dass ihr der Kapelle hier eure Auffahrt macht. In Korol leben wir Hochlandvolk nach den Lehren unserer Götter. Unser Leben wird von den 10 Geburten bestimmt. Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde gerade neue Rekruten. Für einige Leute ist das genau die richtige Arbeit. Ich will auch rein. Lebt wohl. Das hier auch. Ich bin Ozius Loran, Primas von Stendar. Ihr steht dem Diener Gottes im Haus der Neun gegenüber. Seid bescheiden und zeigt Respekt. Ich hoffe, man hört mich. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wer in Korol wohnt, kann sich nicht beklagen. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Da bin ich vielleicht sicher. Ein großartiger Mann, ein wahrer Gläubiger, von festem Glauben und unerschütterlicher Weisheit. Er gehört nicht zu unserer Gemeinde, aber er ist Bewohner der Venon Priorei, dem Kloster südöstlich der Stadt. Adieu. Seht euch vor. Ich mag deine Hunde. Seid gegrüßt. Ich bin Oraka Bargol, Dienerin von Stendar. Möge euer Glaube wachsen. Dankeschön. Kürzlich habe ich eines der Bücher von Casta Scribonia gelesen. Reiner Schund, wenn ihr mich fragt. Aber jedem das Seine. Ich mag Bücher. Lass mich in Ruhe. Ich warte. Haltet den... Was? Haltet den... Ich warte. Lasst mich... Passt euch kurz. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Haltet den Mund. Ich bin Rena Brujant. Ich liebe Hunde. Aber tut das nicht jeder? Ich will einen haben. Wir werden sehen. Schönen Tag. Ich will auch einen Hund haben. Das ist gemein, was hier unten ist. Ich will auch einen Hund haben. Das ist gemein, was hier unten ist. Wir sind uns schon viele Mann alle begegnet. Doch als ich Ihnen in den Schatten nahe sah, schüttelte wir allewegs an mir vorbei, zeigte die Frau. So was gelernt habe ich ja schon mal gehört. Beizzehn, acht, und leidzehn. Wo ist denn hier die Kämpfer-Gilde? Ich geh da einfach mal zur Tür tun. Kämpfergilde, 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 Kämpfergilde. Ich fühl mich voll schwer. Ich bin Lung Grobarot, der Fröhliche. Mein Bruder Kurz, der ist nicht so fröhlich. Hunde sind die besten Freunde der Orks. Gute Beschützer, gute Gefährten, gutes Essen. Die Brujants haben Hunde, viele Hunde. Die Magiergilde soll gute Magielehrmeister haben. Ich bin bereit zum Lehren, wenn ihr bereit zum Lernen seid. Lebt wohl. Ich will auch trainieren. Ach hier ist endlich die Kämpfergilde. Kann man auch in Beine beitreten? Hallo. Ein bisschen Gefahr schüchtert euch nicht ein, oder? Euch würde die Kämpfergilde sicher gefallen. Beim Waffenschmied fand ich gute Schulterplatten. Legt wohl. Sie auch. Gute Arbeit für gute Bezahlung. Wollt ihr der Gilde beitreten? Habt ihr etwas über neue Aufträge gehört? Sie würden es uns sagen, oder? Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr mit Wilena Danton in Koroll... Wilena Danton. Wo ist denn hier Wilena? Schönen Tag. Wilena, Wilena, Wilena Danton. Wilena Danton. Wilena Danton. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Habt ihr vielleicht Interesse daran, zur Kämpfergilde zu gehören? Die Kämpfergilde ist eine Kriegerbruderschaft. Wir bieten Tamriel einen besonderen Dienst und unterstützen Hilfsbedürftige mit unseren Waffen und Schilden. Egal ob wir eine Stadt vor einer anstehenden Bedrohung befreien oder einen hilflosen Magier beschützen sollen, wir nehmen den Auftrag an. Die Kämpfergilde kann immer neue Mitglieder gebrauchen. Wenn ihr keine dunkle Vergangenheit habt und kein Kopfgeld auf euch ausgesetzt ist, könntet ihr für uns von Nutzen sein. Möchtet ihr beitreten? Möchtet ihr? Möchtet ihr? Möchtet ihr beitreten? Hervorragend! Ihr seid nun ein Mitglied der Kämpfergilde. Meldet euch wegen Aufträgen bei Asan in Anvil oder Burzkrokasch in Chalinal. Wenn es um Aufträge geht, meldet euch bei Asan in Anvil oder Burzkro-Kasch in Chardinal. Beweist euren Wert und ihr werdet in der Kämpfergilde schnell aufsteigen. Immer wenn ihr Aufträge erfolgreich abschließt und eure Pflichten gut erfüllt, werdet ihr in den nächst höheren Rang erhoben, der neue Pflichten und Aufgaben mit sich bringt. Seid euch jedoch im Klaren darüber, dass ihr auch wieder degradiert werden könnt, wenn ihr gegen die Grundsätze der Gilde verstoßt, oder auch nach meinem Ermessen. Okay. Auf Wiedersehen. Dann werde ich eh bald rausfliegen. Ich darf das lesen. Das ist nicht mal das Rot. Jo, Tschüss. So, ich einfach auf Wiedersehen.